Der Felix, der Pilot, macht sich bereit. Natürlich zur Startvorbereitung werden immer mehrere Leute gebraucht. Die Technik kommt aus den 30er Jahren. Das Modell, sehr, sehr schönes Modell auch. Mit der schön ruhig und langsam, wie ihr seht, ist der Zielbau. Ich habe ein bisschen Lärm in den BGM, aber in den Geschwindigkeiten ist ein relativ kleines Seitenröder. Ich habe gerade die Technik in dieser Maschine. Das Wind ist eine sehr schöne, saubere Rolle, die hier jetzt hier geflogen ist. Ich zeige uns einige Kunstgruppelemente hier, was mit dem Modell möglich ist. Und ich glaube, genau dasselbe können wir auch die Maschine machen. Tolles Modell. So, ein langsamer Überflugmal hier. Und doch, ich denke, da kann man ja extrem langer fliegen. Jetzt sind wir nochmal mit Smacke vorbei. Im Messerflug sehr schön, dass man so etwas sehen kann. So, ich denke, da kann man so etwas sehen. Und jetzt ist es natürlich vom Land her die schwierigste Situation, weil der Wind genauer von gerade vorn kommt. Von 12 Uhr. Man landet ja ein Flugzeug immer gegen den Wind. Ja, aber ein großer Applaus an dieser Stelle ist bei diesen Windverhältnissen mit diesen Modellen. Aber das wurde in der R Все. Unsere Fantasen verhebente.